ach du scheiße Skalitz Puppe warum hat die denn bin ich irgendwie blöd oder hat die immer den Arm auf der rechten Seite länger also größer seht ihr das also wisst ihr was ich meine das ist ja auch ein seltsames Phänomen oder ist glaube ich mit Absicht so verzerrt die Füße sind ja auch so komisch strange okay das sieht ja jetzt übel aus hier meine Fresse in meinen letzten Erinnerungen zufolge hielt ich diese Puppe erhielt ich diese Puppe aus der Vitrine was ist nur so besonderes an dieser Porzellanpuppe ich weiß es nicht das Gemälde hat sich verändert es sah mal wie eine Ballerina aus wenn dir das nur im Gemälde auffällt dann weiß ich auch nicht ach du scheiße es ist die Puppe eines kleinen Mädchens dieser Teddybär sieht irgendwie gruselig aus er guckt in die Ecke oh die Puppe auch das ist ja wie ein Blair Witch wo sind wir jetzt hier durch verdammt ich würde lieber gern wieder raus da bin ich reingekommen richtig und hier gehst du raus wo sind wir denn hier das erinnert so ein bisschen an so diese diese Gemeinschaftskeller hier oh ist das Josh ich glaube das ist Josh irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl da jetzt so hin zu rennen ist da eine Falle warum rennt er denn weg warte doch Mensch oh du bist schon ganz sauschnell toll shit wo ist er hin wo sind wir hier oh krass restricted area department of health official only official besucherzeiten von 9 Uhr bis 21 Uhr das sieht aber nicht mehr aus wie eine Arztpraxis hier auch wenn die Schilder da noch so ein bisschen darauf hinweisen zum Teufel sind wir hier gelandet wo soll ich jetzt lang gehen toll okay hier haben wir wieder ein dead end kann man so links abbiegen die Geräusche sind ja jetzt schon wieder übel hier das sieht ja auch ganz schlimm aus okay Alex meinst du das packst du natürlich komm schon und ab dafür geht doch so jetzt müssen wir uns wieder entscheiden ich glaube ich nehme mal hier das überdachte ich weiß nicht okay das war die falsche Wahl das ist das das ist das ist die Fresse ist so warm ah schau mal hin Hier guck ich jetzt doch nochmal auf der anderen Seite. Exit. Okay, es scheint aber nur einen Weg zu geben. Ist ja schon mal nicht schlecht, nicht verkehrt. Nee, da warten wir nicht hin und da warten wir hin. Okay, wenigstens ist für die herzliche Versorgung gesorgt. Wenn wir uns hier irgendwo verbrennen, gibt es hier irgendwo eine Praxis. Zumindest laut dem Schild. Ja, super. Das packen wir auch noch. Haps, sauber, super Alex. Steht in der Gruppe. Oh, der wechselt. Oh, Scheiße. Oh, nein. Es wird bescheuert, dafür willst du sterben. Ich bin schon mal reingelaufen. Und jetzt verkack ich's auch mal. Nein, 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 nein. Drei, drei, neidern... Ach, manchmal werden die einfachsten Gegner dann doch irgendwie ne Herausforderung, ne? Wenn man hier irgendwas nervös ist. Ich geb dir jetzt bis zehn... Muckstern, ne? Komm, zuckst doch noch mal. Zuckst doch noch mal. Wusste ich's doch. Information about your pettings are strictly confidential and should not be discussed by the public place. Okay, wir gehen also immer tiefer. Waaah, shit. Und für Punition, äh, Punition, äh, Pistolenpunition. Attention, your admissions must provide. Okay, das sieht wieder so aus, als kommen wir hier nicht zurück. Zuck. Und ich hatte recht, wir kommen nicht zurück. Das Schloss ist anscheinend defekt, wir kommen nicht durch, das ist klar. Stuff only by and this point. Ich gehöre zum Stuff. Das ist kein Thema. Und wir kommen hier immer tiefer und tiefer und es wird immer wärmer und wärmer. Wir kommen jetzt durch. Irgendwie müssen wir hier durch. Wir werden schon wieder aufwachen. Ist doch eh wieder mein Traum. Wexit. Das ist wirklich komisch hier, ne? Das ist schon... So manches Knacken oder so, das ist echt komisch. Oh, Gott sei Dank. Gesundheitstrink. Wozu diese vielen Puppen? Wozu diese vielen Puppen? Das frag ich mich auch. Ich kann mich nicht mehr lesen. Oh, Gott, das geht immer tiefer. Oh, Gott, das geht immer tiefer. und tiefer und tiefer und grubalp tröpfeltes und ich weiß es glitschig und nass und ekelhaft avoid health risks, wear gloves alles klar, da habe ich mich dabei oh, erschreckt mich da ein bisschen okay diesmal aber wie früher, jetzt mal so richtig ich glaube der war ok ich glaube der war nicht ok aber es geht denn ab mit dir hab ich jetzt 4 Schuss gebraucht oder werden die stärker ich weiß das nicht voll krass ich bin da voll schlecht vor oh nein es sieht aus wie irgendein großes Ding was das blaue Männchen angreift was soll uns das sagen ein großes Ding ah ich will hier raus ich will hier raus Jungs das ist sehr unangenehm hier ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da